Hallo, 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 hier ist die Tür auch noch zu. Wir sind immer noch unter dem Einfluss des Verfolgungswahns, aber hier liegt eine Brille, das heißt, das macht das alles wieder wett und eine Pepsi. Hier liegt für deine FNX-Munition. Das ist gut. Ich habe die aufgehoben, falls du dich fragst, wo sie steckt. Ja, wo steckt die denn nur? Ich mache mal hier die Tür zu, ne? Und Rasputin. Kack. Bist du oben? Ne, ich gehe hoch. Hier ist... Hier oben liegt eine Feuerwehr-Axt. Dann saufe ich mir mal einen Rasputin-Kack. Ach, wieso tue ich nicht die Flashlight mal auf meine Muni? Äh, auf meine Pistole. Sollen wir nach dieser Folge, ähm, ein, eine Folge... Oh. Ne. Eine Pause mal machen, dann muss ich mal runter. Hier ist Antibiotika. Ja, das brauche ich zwar nicht, aber ist auch gut. Und eine Weste. Na, aber badly damaged. Brauchst du uns denn irgendwie schlechter oder so? Hm? Wie ist deine Weste? Äh, die ist, glaub ich, damaged. Puh, hier liegt Banane, Soda, blauer Rucksack, Magazin. Ten-Round-Clip, was ist das? Ten-Round-Clip? Ähm... Verstehen. Verstehen. Äh, 6.6... Äh, 7.62x39. Ja, das ist für mich. Magazin für meine... Warte, dann werfe ich dir hier mal das FNX-Zeug hin. Ja, und dieses, dieses Clip-Ding. Ja, das liegt noch da auf dem Bett. Achso, und die Banane hier? Weiß ich nicht, da oben auf dem Bett liegt noch eine Banane. Ja, die sind beide im Arsch. Hier liegt ein Magazin und eine Limo. Hä, wo ist denn das, das FNX-Ding? Was hab ich da hingeworfen? Ach da, ich hab's. Ähm... Ist die Banane hier oben auch roten? Scheiße. Ja. Ich hab immer noch nichts zu essen, das gibt's doch nicht. Gucken, vielleicht liegt was im Rucksack? Nee. Das hatte ich schon mal, das, was im Rucksack lag, aber... Da hab ich noch nie drauf geguckt. Ähm, bist du jetzt auch rot mit dem Hunger? Nee, gelb. Nee, ich bin auch... Ich trinke nochmal eine Limo, vielleicht geht das Hunger nicht. Ah, ich hab hier noch ein 20-Round-Magazin für dich. Ein kleines. Ah, wieso kann ich denn die Flashlight nicht auf die... Hm? Most weapons to provide tactical... Wieso ich das Ding nicht, äh, die Taschenlampe nicht auf die, äh, auf die Pistole drauf tun kann? Das find ich komisch. Vielleicht kannst du die auf deine M4 tun. Hier, tu die mal auf deine M4. Ich muss gleich ein Small Protector Case auftauchen. Ja, der Server macht gerade Sperenzchen. Blue, okay. Ich kann gar nicht mehr erkennen, welche Farbe das ist. Das sah aus wie grün. So grau bist du? Ja. Ich bin komplett grau. Ich bin eine Stufe vor Tod. Weaponflashlight? Ja, genau. Auf meine M4 kann ich nirgendwo drauf tun. Doch, oder? Nee. Das ist ja doof. Kann ich nicht, geht nicht. Schmeiß es weg. Kann ich nicht. Setz du gerade nach? Ja. Hast du den Small Protector Case gesehen? Äh, nee. Fuck. Ist der jetzt weg? Hier ist, was, wofür ist denn 30 Rounds Steneg? Das ist für deine M4. Nee. 30 Rounds Steneg? Zeig mal. Alter, wenn die Protector Case jetzt nicht auftaucht, ne? Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz, ja. Dann ist das sehr scheiße. Das ist sehr scheiße. Nein, ist es nicht. Diebieder, diebieder. Da ist die unten im Raum. Ich gucke mal auch noch im Raum. Ja, gute Idee. Hat sie hier nicht die Tür vorne zugemacht? Äh, nee. So. Ich wollte das, aber dann hat das nicht funktioniert. Ja, hier unten liegt sie. Und hier liegt auch alles andere. Gut. Nice. Reiß. Nice. Ach, ein nicer, nicer liegt da. Ist ja gut. Soll ich das PU-Scope jetzt mal wegwerfen? Äh, das PU-Scope passt bei mir drauf, glaube ich. Ja. Ja, kannst du behalten. Ist damaged. Also, lass liegen. Ähm, wo, was ist jetzt Starnak? Hier, 30 von 30 Starnak. Das ist für die M4. Echt? 5,6. Ne, warte mal. 5,56 mal 45. Das ist eine ganz andere. Zeig mal. Zeig nochmal her. Nimm mir jetzt die 45. 30 von Starnak. 5,56 mal 45. Was ist denn mal 5,56 mal 45? Vielleicht gibt's jetzt auch eine neue automatische. Das ist eine neue, auf jeden Fall, ja. Dann nehm ich das Starnak mal mit, ne? Äh, das Wappenflashlight hier. Wolltest du noch ausprobieren, ob das passt bei dir. Hast du 45 ACP aufgehoben? Jaja. Nimm mal hier das Flashlight. Ja, hab ich doch oben wieder weggeworfen. Achso, okay. Gut, dann lass uns weiter. Weiter, weiter, weiter. Ins Verderben. Mensch, geh mal kurz nochmal in den Tag. Was? Ich bin nur mal gerade in meinem Inventar. Was denn da? Ähm, besuchen. Besuchen nach dem Kuchen. Wo bist du? Doch, zuerst müssen wir hier. In Buchen. In Buchenwald, in Buchenwald. Da war's in Jugend sehr, sehr kalt. Nein. Da haben wir Volleyball gespielt. Ich glaube, du musst was schließt. Du musst was... Alter! Da vorne rennt ein Zombie. In irgendeine Richtung. Boah, hast du mich erschrocken. Oh, hab ich gezuckt. Warum genau wolltest du jetzt gleich eine Aufnahmepause machen? Wegen Festplatten oder wegen... Wegen Schuhe anziehen, die unten im Wohnzimmer stehen. Also, probieren. Achso. Liegt da vorne rotes. Bauarbeit der Helm, ne? Ja. Ähm, der seit 5 Uhr da ist. Okay, dann... Ah, du sitzt im Weg. Ein Brett. So. Ein Brett. Was liegt hier? Liegt hier noch eine Pistole? Ne. Hier liegt noch ein kleiner Rucksack. Aber Mann, warum kann ich denn in meinem Inventar Farben sehen und außerhalb vom Inventar nicht? Das ist voll gemein. Da müsste da jetzt überall stehen, Grey Rucksack oder so. Wird einem denn grau, wenn man angeschlossen wurde? Ja. Auch in echt? Äh, keine Ahnung. So oft bin ich jetzt auch noch nicht angeschlossen worden. Nicht? Ne. Hier liegt Feuerholz. Dafür müsste ich aber dein Magazin hier liegen lassen. Hier liegt noch eine Batterie. Ah, die ist eh kaputt. Ich habe zwei frische Batterien dabei. Hast du einen Defibrillator? Ja. Dann nimm eine Batterie und tu die am besten direkt schon mal da rein. Hier. Kann man die da rein tun? Ja, musst du ja, sonst kannst du ihn ja nicht benutzen. So hast du mal ausprobiert. Weiß ich nicht, aber ich habe es auf jeden Fall gelesen, dass die... Ja, also die Batterie ist weg. Ja, du musst da vielleicht... Ich habe sie draufgezogen und jetzt ist sie weg. Ja, jetzt ist die da drin. Wenn du den in die Hand nimmst, dann kannst du... Dann kannst du das sehen, glaube ich. Aber nimm jetzt nicht in die Hand. Nimm ihn in die Hand. Okay. Was sollen wir jetzt machen? Also ich würde mal sagen, die ganze Panik gerade eben war fast gar nicht umsonst. Hier haben wir noch eine Kaserne. Schlafplatz oder so. Hier ist noch mehr Muni für die Musi. Hier oben ist noch mehr Muni. Für die 5.56. Ach, wieder für die neue Waffe oder was? Nee, zeig mal. Und Bug-Budstock. Bug-Shot. Hä? Halt, ich werfe da hin. Warte mal. Ich kann die nicht angucken da oben. Ist doch egal, ist nur Schrotflinte. Achso. Hier liegt auf dem Boden. Ah, äh, was ist das? Ja, das ist für deine. 5.56 ist M4. Nimm ich, nehm ich. Muni! So, hier liegt ne SKS. Aber wir haben mittlerweile auch schon 10 Stück von gefunden. Es nervt, dass man die nicht mitnehmen kann. Hinter der Tür liegt noch was, wenn du jetzt sagst, ja, du hast wieder was verpasst. Unter dem Bett chillt noch irgendwas. Hinter der Tür? Ach, hier vorne. Ja, Double Riffle, aber wollten wir eh nicht mitnehmen. So, was chillt ihr noch? Unter dem Bett liegt noch ne Waffe. Ey, ne Magnum! Ja, nice. Soll ich die auch nehmen? Ja. Obwohl ich für die andere viel mehr hab. Ich hab aber viel mehr für die Magnum noch. Ich hab so viel für die Magnum, bitte nimm die. Ja. Und die ist stärker. Ja, das ist... Ich komm nicht dran. Nicht? Warte. Ja, so, hier, mit Haar-Umgebung. Warte, beweg dich nicht, beweg dich nicht, beweg dich nicht. Du bewegst dich nicht. So, ich hab's ja. Jetzt hab ich die FNX weggeworfen mit Magazin. So, dann gib mir mal alles, was du hast für die Magnum. Oh, ich hab da auch nix. Warte, ich geb dir erstmal lose hier. Wie viele Steckplätze hast du denn noch frei? Ich werf mal eben Small Protector Case dahin, ne? Ja. Hallo? War das grad bei mir im Haus, oder war das hier in dem Spiel? Ich hab nix gehört. Jetzt war bei mir im Haus. Ich nehm mir mal zwei... Willst du auch noch ein Paket? Ich nehm mir zwei Pakete. Oder warte, ne, gib mir einfach die lose Muni. Genau, gib mir einfach lose Muni. Die 18 und die 23. Du kannst die übrigens stapeln, ne? Dann vermutlich... Ja, und ich hab hier... Guck mal, die hab ich auch noch. Das ist doch die gleiche. Ja, aber die kann ich irgendwie nicht stapeln. Da steht dann Load Ammo. Achso, ja, weil die... Die sind pristine und die einzelne ist auch pristine. Okay. Das sind Punkt 357. Das hier ist Punkt 357. Ja, keine Ahnung. Was passiert, wenn ich die... Wenn ich die einzelne lade? So, und was ist, wenn ich die anderen noch dabei lade? Magnum ist already full. Aha. Hm, keine Ahnung. Ähm. Warst du das? Mhm. Okay. Ähm. Die Säge hast du grad weggeschmissen. Ja, ich hab die Säge... Ich wollte gucken, ob ich noch ein bisschen was anderes wegschmeißen kann. Ähm. Alter, wie viel Muni ich für die... Für die Pistole und so hab. Das wär jetzt schade, wenn ich die jetzt hier liegen lasse, weißt du? Hm. Äh, wie viel Platz hast du noch frei? Also ich kann die auf jeden Fall noch mitnehmen. Ja, dann ansonsten geb ich dir einfach noch ein First-Aid-Kit hier. Gib dir das einfach. Ich hab noch mehr... Das ist sogar noch halb leer, das First-Aid-Kit. Da kannst du dann noch den... Den... Die, äh... Dings reintun. Ähm. Die Ding jetzt zwei... Small Protector Cases. Ach so. Ja, nimm das First-Aid-Kit und tu da noch deine... Deine Medikamente rein. Mach das... Mach deinen First-Aid-Kit schön voll. Also alles, was geht, reintun. Ich hab kein First-Aid-Kit. Ach so, da. Das sollst du aufnehmen. Medikamente. Ja, mehr hab ich nicht. Oder warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hier, Blood-Bag-Kit. Und ein Seil. Jetzt kann ich dich da rein tun. Soll ich meine Muni lieber in das... In die Pristine... In die Warne, äh... Protector Case tun? Ist egal. Und die andere spellt die Damage. Ich schmeiß mir mein... Sicher egal. Mein Waffen-Cleaning-Set back, ne? Du hast ja eins. Guck mal, ich hab fünf Pakete noch für die Magnum, ne? Ja. Wenn du was brauchst. Ja, dann nehm ich davon auch noch zwei. Und, ähm... Dann... Was soll ich dir denn noch geben? Ich geb dir... Also das Magazin ist nicht für dich, okay. Dann geb ich dir noch einmal hier, ähm... Bandagen in dein First-Aid-Kit. Tu ich dir noch ein. Und... Jetzt haben wir noch ein leeres Small-Protector-Case, ne? Da ist ja ein Saal drin jetzt. Dann tu ich in deinem Small-Protector-Case... Tu ich dann die ganze Muni. Für die Pistole. Okay. Wer nimmt das First-Aid-Kit? Das nimmst du auch noch. Ach, warte mal. Die Muni hier ist eh ruiniert. Kann ich die eigentlich alle wegschmeißen? Warum trage ich die überhaupt noch mit? Kann ich das Small-Protector-Case aufnehmen? Ja. Dann tu ich da noch die Säge rein, ne? Ne, nimm das noch nicht auf. Nimm das noch nicht auf. Warte. Ich muss mal gerade sortieren. Pristine, pristine, pristine. Dann kann ich hier noch pristine, zack. Äh, Siering-Kit. Äh, wo hab ich denn noch mehr Muni? Das ist die Muni. Das ist auch pristine. Siering-Kit. Kann ich das noch da rein tun? Ja, sehr gut. Ne, scheiße. Hab ich das jetzt weggeschmissen? Ne. Okay. Ähm. Alles klar. Ich, äh, denke, das passt so. Kann ich aufnehmen? Ja. Und das Small-Protector-Case ist jetzt noch ein Platz. Warte, ne, warte, stopp. Oh. Ja. Ich hab noch hier ein... Ah, wohl, das Siering-Kit ist eh alt. Das schmeiß ich weg. Ich hab ein Schustines Siering-Kit. Okay, dann nimm die jetzt... Dann nimm jetzt dein Dings noch mit. Ich hab jetzt noch, ähm, acht, neun, zehn, elf Plätze frei. Hast du... Ja, ich... Was? Hast du das mit der Muni? Ja. Ah, jetzt, guck mal. Ich hab die... Ich hab die in die Waffe reingetan, diese einzelne. Und wieder rausgenommen. Und dann waren das nicht mehr eine, sondern elf. Und jetzt kann ich die auch benutzen. Hörst du? So, wir haben jetzt wieder schon 15 Minuten, aber die können wir jetzt noch ein bisschen ausspielen. Ähm. Scheiße, wir brauchen Kohletabletten. Beziehungsweise ich brauch die. Ich brauch Essen. Ich hab nichts zu essen. Wir brauchen Essen, ey. Sollen wir... Okay, ich komm mal noch mit dem Trinken hin, aber... Sollen wir... Ja, fuck, wo sollen wir denn jetzt hingehen? Also die nächste... Das nächste Dorf wäre Grishino. Das wäre aber schon wieder in diese Richtung da vorne. Also schon wieder weiter runter. Da vorne sind doch noch Hallen. Ja? Da waren wir doch noch nicht. Okay. Ja doch, da waren wir schon. Sicher? Als wir ganz am Anfang sind, wir in die Hallen und dann sind wir quer übers Feld gerannt. Aber das war ja... Ich weiß nicht, ob der Server seitdem resettet wurde. Ich glaube schon. Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, da ist jetzt nichts mehr drin. Dann lass mal einfach hier irgendwo in die Tannen oder so. Und dann? Ausloggen. Ach so, okay. Okay. Ähm. Ja, dann können wir gucken, ob wir dann nächstes Mal... Ähm. Ob wir nächstes Mal direkt ins nächste Dorf gehen. Also ich hätte noch 50% Thunfisch. Das heißt, wir können beide noch einmal essen. Lass uns jetzt hier zwischen die Tannen setzen. Okay. Okay.